Ja, herzlich willkommen zu diesem Review. An diesem Review möchte ich auf die Evergreen-Affiliate-Tipps von Daniel Cox eingehen. Und zwar an diesem Video möchte ich einmal durch meinen Artikel durchgehen, was dich in den Evergreen-Affiliate-Tipps erwartet und in den Instagram Insights und dazu nochmal einen Bonus vorstellen, den du bekommst, wenn du dir das Ganze über mich sicherst. Den Artikel dazu findest du in der Videobeschreibung sowie den Link ebenfalls. Wenn du das Ganze sicherst, schick mir danach gerne eine E-Mail an info-at-startup-rakete.de, dann bekommst du einen Bonus im Wert von 400 Euro noch zusätzlich dazu. Wir schauen jetzt einfach mal direkt in den Kurs rein. Wenn du dir das Ganze sicherst, das ist ein sehr günstiger Preis, für 27 Euro kannst du die Evergreen-Affiliate-Tipps sichern, bekommst du einmal den kompletten Kurs, der ist hier drin, dann bekommst du einen Bonus und zwar der Review-Funnel. Im zweiten Bonus bekommst du noch Werbeanzeigen und Refinanzierung, dann gibt es noch einen dritten Bonus und zwar der Evergreen-Affiliate-Funnel und nochmal einen vierten Bonus und ein Affiliate-Handbuch bekommst du auch noch dazu. In jedem dieser Lektionen ist auch noch ein Download-Bereich, das kommen wir uns gleich nochmal an. Fangen wir einfach mal allgemein mit dem kompletten Kurs an. Und zwar besteht der komplette Kurs aus 16 Videos, in effect 15 Videos, wenn man den Anfang natürlich weglässt und die wird komplett alles erklärt. Einmal von den Basics über die Up-Sales, wie man ein passives Einkommen aufbaut, wie du richtig verkaufst, was für ein Sales-Funnel du aufbauen solltest, wie du E-Mail-Marketing umsetzt, wie du Traffic organisierst, wie du die Affiliate-Links am besten aufbaust, welche Produkte du aussuchen solltest. Und ich kann sagen, also ich kenne Daniel jetzt schon eine Weile, er macht Affiliate-Marketing seit 2017, ist auch Affiliate bei mir in meinen eigenen Produkten und dort hat er schon vierstellige Umsätze für mich generieren können und das mit einer vergleichsweise kleinen Liste. Wenn du ein bisschen mehr über Daniel noch lesen möchtest, dann schau dir gerne ganz unten im Artikel nochmal ein bisschen was dazu an. Sein Branding ist wie Online-Geld verdienen und das einmal betreibt er auf Instagram, YouTube und hat eine Webseite dazu und ist damit mittlerweile sehr erfolgreich, macht das neben seinem Hauptberuf und hat damit schon krasse Umsätze generieren können. Daher kann ich definitiv empfehlen, ich weiß, ich kenne seine Ergebnisse auch ganz gut und daher ist er definitiv ein guter Ansprechpartner, was Affiliate-Tipps angeht. Warum zusätzlich? Wir schauen hier gerne auch nochmal weiter in die anderen beiden Kurse rein. Warum zusätzlich auch von Daniel lernen? Daniel ist jemand, der Dinge ausprobiert, split-testet, umsetzt. Das heißt, hier bekommst du nicht nur wiedergekaute Tipps die ganze Zeit, wie bei anderen manchmal. Und zwar testet er sehr viel und diese ganzen Tipps wirst du sonst nirgendwo anders bekommen. Also er macht viel auch mit Werbeanzeigen. Hier wird dir komplett erklärt, wie er Werbeanzeigen schaltet über Facebook oder Instagram und da auch Retargeting machen kannst. Dazu bekommst du noch eine Checkliste, die du hier runterladen kannst. Und im Review-Funnel, er macht nämlich auch viel Reviews, ähnlich wie ich, bekommst du hier auch nochmal PDF-Vorlagen und so weiter zum Runterladen. Also alles in allem finde ich das einen sehr umfangreichen Kurs. Wenn dich das ganz interessiert, bekommst du noch zwei Bonus-Inhalte, beziehungsweise insgesamt zehn bis zwölf Bonus-Inhalte tatsächlich von mir dazu. Einmal meinen Kundenbooster mit kompletten Checklisten zum Thema Verkaufspsychologie, Geschäftsmodelle, Affiliate-Marketing-Checklisten, Nischen, Ideen, Wallpaper und auch noch Instagram-Boni und zwar die Instagram-Secrets, ultimativer Guide und sechs profitable Möglichkeiten, um mit Instagram Geld zu fertigen. Zusätzlich tatsächlich, wenn du dir auf der Seite, wenn du dir über mich die Evergreen-Affiliate-Tipps sichern möchtest, so über den Link in der Videobeschreibung, hast du hier noch die Möglichkeit, tatsächlich diesen Bonus-Inhalt hier, also dieses Zusatzangebot hier wahrzunehmen. Und zwar sind das die Instagram-Insights. Da kann ich dir tatsächlich auch nochmal ganz kurz was zu zeigen. Und zwar bekommst du mit den Instagram-Insights, hast du hier ein komplettes Handbuch zum Downloaden und noch Bonus-Inhalte für Hashtags. Hier kannst du dir das komplette E-Book tatsächlich runterladen, wie Daniel, oder die besten Tipps von Daniel, wie er Instagram-Marketing macht. Weil er macht komplette Affiliate-Marketing auch über Instagram und das sehr, sehr gut. Hier hat er schon seit Jahren Erfahrung und da kannst du definitiv viel lernen. Also für den kleinen Zusatz hier von, glaube ich, 9 Euro sind das, kannst du dir die noch, oder 6 Euro, 6,71 Euro, ich glaube, das ist aber dein Netto, kannst du dir noch zusätzlich eine komplette Anleitung sichern für Affiliate-Marketing auf Instagram. Da muss man auch erstmal gute Anleitungen finden. Und ich finde die Anleitungen von, beziehungsweise die Erklärungsart von Daniel ziemlich gut, weil Daniel hat das Talent tatsächlich, Dinge einfach, fundamental und verständlich zu erklären, sodass man das sehr gut nachvollziehen kann. Das können nicht so viele und deswegen kann ich dir definitiv die Evergreen-Affiliate-Tipps von Daniel ans Herz legen. Für 27 Euro kannst du dir die sichern, einfach einen Link in der Videobeschreibung. Wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, schreib das gerne in die Kommentare. Und wenn du dir meinen Bonus sichern willst, dann schreib mir nach deiner Bestellung einfach eine Mail an info-at-startup-rakete.de. Ja, geil, dass ich das weggelassen habe. Also de. Ich werde das gleich korrigieren. Und dann sende ich dir danach meine Bonus-Inhalte auch noch zu. Also da hast du auf jeden Fall ein Komplett-Paket auch mit meinen Bonus-Inhalten, die jetzt natürlich nochmal einiges wert sind, die dann aber sehr gut passend zu dem Produkt sind. Also wenn du durchstarten möchtest 2021 und dich weiterbilden möchtest, weil Weiterbildung ist da ganz, ganz wichtig, immer on the top bleiben, immer Wissen aktuell dabei haben, dann sichere dir gerne die Evergreen-Affiliate-Tipps. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung und Artikel auch. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Abonnier gerne diesen Kanal, aktivier die Glocke und lass ein Like da. Und wir sehen uns in einem meiner nächsten Produkt-Reviews oder Tutorial-Videos, je nachdem. Bis zum nächsten Mal.